ja erst mal sicher wegkommen Nix da hat zwei auf einmal. Ah, okay. Lassen wir unser altes Auto mal zurück. Nehmen wir dieses hier. Bei uns sind wir schon fast am Waffenladen. Im Waffenladen. Denn wenn wir endlich diese Box haben, kann ich auch mal andere Waffen nehmen. Nicht nur über die AK. Die Goldene ist zwar sehr gut, aber auf Dauer wird es lästig. Okay. Keine neuen Waffen. Das ist schade. Handbücher. Brauchen wir eigentlich auch keine. Ausrüstung. Hier müsste es ja sein. Ja, primär Waffenkiste. Und... Was noch? Pistolenwürz. Okay. Bezahlen. Bezahlen. Dann kann ich ja jetzt die Goldene AK ablegen. Wenn ich die in diese Kiste hier lege, müsste ich eigentlich in jeder Kiste wieder erscheinen. In jedem Haus, wo man speichert, überall. Und da wir gerade keine Waffe haben, nehmen wir einfach mal dieses Scharfschützengewehr. Legen ein paar auf den Boden. Das macht Spaß. Juhu, es werden immer mehr. Ha. Waffenproduktion. Munition. Wieder auffüllen alles. Pistole. Nämlich eine neue. Da die alte ja wahrscheinlich recht kaputt ist. So, jetzt habe ich. Wie viel Schuss hier? Ja, okay. Bei dem. Insgesamt 20. Und hier haben wir jetzt statt 16, 24, äh, zusätzlich Magazin. Ja, dann fahren wir mal zum Speicherhaus. Äh, bei Schermin. Um zu schauen, ob auch wirklich die AK dort ist. Ah ja, unser Kumpel ist hier. Ähm, statt dem Raketenwerfer. Achso, nee, der ist ja nicht statt dem Raketenwerfer. Ja, okay. Dann ist er schlecht. Genau, und hier haben wir die goldene AK. Tausch gegen das. Mach ich aber nicht. Ich will jetzt wieder zurücktauschen. Genau. Schlafen wir ein wenig. Ähm, bis 8 Uhr. Düfte erreichen. Speichern und fortfahren. Ähm, ja, überspeichern wir. So viele Speicherstände braucht man eigentlich gar nicht. Diamant. Ein Diamant. Ich glaube, das ist diese... Wie später ist es. Ja, wahrscheinlich. Das mache ich eigentlich für eine Scheiße. Ich schaue nicht auf die Straße. Es ist nur ein Baum drin. Gut, dass wir es aufstellen können. Ich hoffe, ich fange wieder hier raus. Und die Gas. Ich glaube, wir haben uns festgefahren. Ich stecke hier fest. Gut, dann lasse ich es um zurück. Eigentlich ist es ja nicht gut. Komm, lauf, lauf. Ja. Zum... Waffenhändler wieder zurück. Der ist da vorne hin. Ich glaube, ich habe einen Kuh überfahren. Zwei Hühne. Aua. Ähm. Ja, wir machen hier die Mission. Dann kriege ich nämlich neue Waffen. Sie scheinen sich mit Überfällen auszukennen. Ich hätte da was für Sie. Meine Konkurrenz erwartet aus dem Nordwesten eine Lieferung beschissener AKs und den üblichen Müll. Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi sein Ziel nicht erreicht. Dann können Sie sich nächstes Mal ein paar nette Spielzeuge aussuchen. Das will ich hören. Okay, Mission angenommen. Hoffentlich müssen wir nicht wieder durch die halbe Gegend durchfahren. Äh. Doch, müssen wir. Dann ab zum... zur Bushaltestelle. Wenn hier eine ist. Ja, zu der unten ist auch noch schneller, als der ganze Weg war. Ich versuche, ob ich an dem Lager vorbeifahren kann. Ja. Wir müssen gehen. Hier sind sogar noch Diamanten. Bis zum nächsten Mal.